Felix Erausgehen war ein spanischer Athlet, der mehrfacher spanischer Meister im Kugelstoßen und Diskuswerfen und 1933 spanischer Meister im Speerwerfen war. Ungewöhnlich war seine lange aktive Phase, so war er spanischer Meister im Diskuswerfen in den Jahren 1932, 1933, 1936, 1940, 1942, 1943, 1945. 1947 und 1948 sowie spanischer Meister im Kugelstoßen in den Jahren 1932, 1933, 1933, 1935, 1936, 1940, 1942, 1943, 1944 und 1949, also in einer Periode von über 16 Jahren. Er nahm noch 1948 als Diskuswerfer an den Olympischen Sommerspielen in London teil, wo er Platz 14 von 28 Teilnehmern belegte. Bis zum Alter von 58 Jahren trat er bei regulären Wettkämpfen an und wechselte erst 1966 zum Seniorensport. Spanischer Wurfstil Im Alter von 48 Jahren erfand er eine neue Speerwurftechnik, mit der er nicht nur trotz seines Alters spanischer Meister wurde und sogar den aktuellen Weltrekord übertraf, sondern die über das Wurfweiten über 100 Meter ermöglichte, während die überwiegend sonst verwendete Technik von Eric Lemming zu der Zeitweiten um die 85 Meter erzielte. Felix Erausgehen hielt den Speer beim Anlauf hinter seinen Rücken und schleuderte ihn ähnlich der Technik beim Diskuswurf in einer kreisförmigen Bewegungweg, indem er ihn dabei durch seine extra geschmierte Hand gleiten ließ. Die IAAF befürchtet jedoch, dass bei dieser Wurftechnik speziell bei Anfängern die Abwurfrichtung schwer zu kontrollieren sei. Überdies waren auch die erzielbaren Weiten gefährlich, da die meisten Stadien nur für Wurfweiten um die 90 Meter ausgelegt waren. Außerdem wurde die Wurftechnik als optisch wenig ansprechend empfunden. Daher wurde die sogenannte spanische Wurftechnik verboten und von Felix Erausgehen und anderen mit dieser Technik erzielte Rekorde wurden aberkannt.